Also ganz kurze Antwort, Yaris GR, das ist sicher der moderne Evo. Und ich glaube, es ist brutal viel Geld. Ich glaube der billigste Gebrauchte zur Zeit 35 und dann 40 oder was. Also einfach schon eine richtige Summe an Geld. Aber es ist etwas, wo ich sage, okay, Preis-Leistung ist da sicher tiptop. Also mit dem kannst du alles machen und mit dem sind sie richtig schnell. Und es ist einfach ein richtig tolles Fahrzeug.